Hallo und herzlich willkommen bei der 272. Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures österreichischen Lauf-Podcasts, der euch jede Woche mit News und oder spannenden Menschen versorgt. Und in diesem Fall sind wir, das ist der Jordi, Servus und ich von unserer Seite da. Und heute haben wir wieder eine spannende Gästin bei uns, die alles besser kann wie wir, was wir mal ausprobiert haben. Auf jeden Fall. Laufen und schießen. Und das ist einmal vielseitig verwendbar, würde ich jetzt einmal sagen. Ich komme da später noch drauf. Das dachte ich mir. Aber wir haben euch bei uns die Christina Czerner. Grüß dich. Hallo, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Du bist in deiner Vita sehr umtriebig, weil du kommst ursprünglich aus Tschechien. Du bist jetzt ganz knapp am 30er vorbeigeschlittert. Stimmt. Du warst Leistungssportlerin im tschechischen Kader im Biathlon bis vor, was ich so jetzt da mitgenommen habe, ungefähr zehn Jahren, so um den Dreh herum, plus minus. Und bist dann irgendwann vom Winter auf den Sommer gewechselt und hast quer gegen Softflasks getauscht, weil die Stöcke sind ja immer noch mit. Also Köcher ist ja noch da. Und bist von Tschechien ins Binsgau gegangen, was, ich glaube, das ist beides von, also die Landessprache in Binsgau und in Tschechien ist beides ungefähr gleich weit weg vom österreichischen. Und bist vor ein paar Jahren im Trail aufgepoppt, wie so ein Phönix aus der Asche und bist jetzt da, wenn ich das, der ITRA-Score einmal so durchschaue, ja, österreichweit Top 3. Und das ist schon, nicht ohne. Also du bist im Konzert der ganz, ganz großen, offenbar ganz schnell angekommen. Und da würde ich auch direkt einsteigen, wenn ich jetzt wieder ganz zum Anfang zurückkehre. Wie bist du, oder wie kommt man als Kind oder Jugendliche zum Biathlon? Ja, dass ich im Alter von sechs oder sieben Jahren schon in einem Sportclub war. Das war so mehr so Laufen und Langlaufen. Und dann, glaube ich, mit 13 oder 15 Jahren habe ich dann von einem Verein die Angebote bekommen, Biathlon probieren. Und ich kann mich erinnern, dass ich ja zum Training gegangen bin und irgendwie die Kombination Langlaufen und Schießen hat mich getaugt. Und ich habe das probiert und ja, dann mit 15 Jahren habe ich mit Biathlon angefangen in Tschechien. Okay, das heißt, gar nicht so, wie man das, wie soll ich mal sagen, kennt, dass man sagt, oh, in Nation XY ist Sport irgendwas ganz, ganz groß und die Kinder werden schon mit vier Jahren dort reingeschmissen. Also so Österreich und Skifahren zum Beispiel. Wenn du mit vier noch nicht in einen Skifahren bist, hast du verloren. Das heißt, du bist beim Biathlon wirklich erst so mit 15 dort hinkommen und hast nicht schon, weiß ich nicht, geschossen mit sieben. Ja, kann man auch, glaube ich, so mit zehn Jahren starten. Aber ja, für mich war das eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Und ja, ich glaube, wenn man Talent hat, kann auch mit 15 oder 16 Jahren anfangen. Und ja, ich glaube, ab und zu ist es besser, wenn man vielleicht ein bisschen später startet. Und so, ich glaube, 15 Jahre ist für Biathlon auch nicht zu spät. Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, du hast ja gesagt, du hast schon viel früher mit Sport begonnen. Also wenn man jetzt erst mit 15 mit Sport beginnt, dann wird es schwierig. Aber wenn man natürlich vorher wie Biathlon setzt, sich ja doch eben aus den zwei Komponenten Laufen und Schießen zusammen und Langlaufen. Und wenn man da eben gute Technik schon in der Kindheit lernt, gute Ausdauer sich schon aneignet, dann kann man da schon ein bisschen was machen. Genau, das war genau so, dass ich beim Langlaufen relativ schnell war. Und dann, die haben vielleicht gemerkt, ach, wenn sie beim Schießen gut ist, dann kann das sein, ja. Ja, genau. Man hat es ja oft immer, jetzt auch bei den Profis noch teilweise, dass sogar Leute nochmal die Disziplin wechseln. Also Langläufer zum Biathlon kommen, Biathleten zum Spezial-Langlauf gehen. Ich hingegen bin erst mit 22 zum Biathlon gekommen und nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Das ist nicht gut. Ja, naja, es war halt bei der Armee. Also, die haben gesagt, du darfst nur Alpin-Ski fahren, wenn du vorher auch einen Biathlon machst. Und dann habe ich gesagt, naja, also gut, wenn es sein muss. Ich war weder ein guter Langläufer, noch war ich ein guter Schützer. Also, die schlechtesten Voraussetzungen quasi für ein Biathlon. Aber das ist eine andere Geschichte. Du warst bei der Armee ein Schuss in den Ofen quasi. Ja, absolut. Aber das war definitiv, also 22 war definitiv zu spät. Das kann ich nur sagen. Aber hast du, bevor du mit 15 zum Biathlon gekommen bist, das mit dem Langlauf auch schon auf Leistungssportniveau gemacht? Oder war das Hobby und Spaß? Nein, schon Leistungsniveau. Aber ich glaube, irgendwann, ja, bis 15 Jahre ist das immer nur Hobby oder Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube dann wirklich mit 15 oder 18 Jahren habe ich das wirklich schon ernst genommen, weil ich war dann schon relativ schnell in Junioren-Nationalmannschaft. Und dann war die Sache schon ernster. Naja, vor allem, wenn du dann in dieser Kaderstruktur drinnen bist und dann deine X-Trainings auch machen musst und dann bist du ja auch zum Weltcup gekommen quasi und hast ein Podest mit dem Team gemacht, wo man sagt, wenn man dann auch noch im Team unterwegs ist, dann ist halt Trainingsschwänzen schon gar nicht mehr. Ja, weil dann sind ja da drei andere, die mit drinnen hängen. Ist das in der Jugend, ist es gut oder ist es sehr viel Druck, wenn man sagt, ich arbeite nicht nur für mich selber, sondern ich bin dann auch im Team unterwegs? Ja, das war damals super toll, dass ich so jung im Weltcup war. Aber eigentlich, die Trainings waren richtig hart für mich und ich habe dann nebenbei noch studiert und ich glaube, es war damals schon zu viel für mich. Und ich habe dann auch später gesundheitliche Probleme bekommen bekommen. Und ja, ich glaube, es ist nicht immer gut, wenn man schon als Junior oder Juniorin gleich im Weltcup ist. Und ja, dann kann wirklich schnell sein, dass es runtergeht. Und du hast nebenbei studiert. Das heißt, du hast es als Biathletin schon die Idee, ich lerne halt was Gescheites, weil mit dem Sport wäre halt nicht, bis ich 65 bin, so viel Geld verdienen, dass ich auf jeglichen anderen Bildungsweg verzichte. Und hast dir dann von dem einen, der einen Randsportart die nächste Randsportart ausgesucht und bist zum Trail laufen gegangen, was auch gut ist, wenn man was Gescheites gelernt hat, weil da gibt es auch nicht viele davon leben können. Was hast du denn gescheites gelernt? Ich habe mich dann für das Ernährungsstudium oder Ernährungswissenschaft entschieden. Das war ein Bachelor, das habe ich drei Jahre studiert. Und in Tschechien, Gott sei Dank, gibt es die Möglichkeit, dass man ein Fernstudium machen kann. Weil in Österreich, das, was ich weiß, ist nicht so einfach, dass man wirklich Profisportler ist und studiert noch nebenbei. Und nachher habe ich dann noch Lehramt, zwei Jahre studiert. Und ja, wenn ich dann mit Profisport aufgehört habe, war ich richtig froh, dass ich schon etwas habe. Weil, wie du sagst, in Tschechien damals hat man auch in A-Team nicht richtig gut verdient. Und wenn du dann mit, weiß ich, eine 23, 25 mit Sport aufgehörst und hast du nichts, es ist dann, glaube ich, schwer. Ja, das ist für die Frühpension gar früh. Schwierig zu argumentieren. Auch, wenn man es vielleicht brauchen könnte, wenn man mit Mitte 20 mit dem Profisport aufhört. Ja, ich glaube, da musst du wirklich eine rumänische Turnerin sein, dass du wirklich mit der Karriere mit 23 fertig bist. Und bestenfalls ausgesorgt hast. Weil da bist du ja im Weltcup mit, weiß ich nicht, 14 oder 13. Also, das ist eine Sportart, also Bodenturnen, das ist für mich echt schlimm. Also, wie früh, dass es dort losgeht, das finde ich auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber du bist mit 2014 dann raus aus dem Biertlern oder 2015, um den Dreh. Genau, ungefähr, ja. Und popst in der Trailrunning-Szene auf mit den ersten Ergebnissen 2022, 2021, so um den Dreh. 22, glaube ich, ja. Noch gar nicht so lange her. Da ist schon viel Zeit dazwischen. Ja, genau. Was hast du dazwischen gemacht? Hast du ein verborgenes Talent im Curling, das wir jetzt nicht entdeckt haben? Ja, wenn ich dann mit Profisport aufgehört habe, ich habe dann ein Jahr in Tschechien als Trainerin gearbeitet. Aber da habe ich auch gemerkt, dass man genauso unterwegs ist, wie du ja Sportler bist. Und du siehst genau die gleichen Leute. Das wollte ich einfach nicht. Und ich war irgendwo nicht zufrieden und ich wollte einfach etwas ändern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt gehe ich nach Österreich. Und ich glaube, hier in Österreich habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu laufen und längere Läufe zu machen. Und ja, dann fand nicht weit von uns der Königmann statt. Und ja, der führt über die Berge hier zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sowas will ich probieren. Und dann bin ich die Distanz 50 Kilometer schuldig gelaufen und habe ich gleich gewonnen. Dann ist dein Sinn gekommen, oh, ich glaube, ich bin nicht so schlecht. Nein, ich glaube, dank meiner Vergangenheit waren die Ergebnisse von Anfang an gut. Und ich habe gleich gemerkt, dass die Trainingsbasis immer noch gut ist, weil ich habe nie richtig, ja, ich habe immer trainiert oder ich war immer sportlich unterwegs. Und da merkt man gleich, dass immer noch drinnen was ist. Ich habe Fragen. Erstens, was hast du dazwischen immer so als Sport gemacht, wenn du gesagt hast, okay, wenn du vorher Profisport machst, hast du ja einen sehr strikten Trainingsplan eigentlich, den du einhältst und ein wahnsinniges Volumen oder Pensum, das du absolvierst. Und wenn man dann aus dem rausgeht, auch wenn man dann im Trainerdasein ist oder dann halt komplett rausgeht, wird es ja weniger. Nur, was hast du dann gemacht? Bist du dann weiter lang gelaufen? Ich kenne jetzt da ganz wenige Menschen, die einfach zum Spaß in der Freizeit Biathlon machen am Freitagnachmittag, im Ohren. Das kannst du machen, wenn du in Rupeuting wohnst. Genau, du machst Helse. Aber sonst, Biathlon ist jetzt da, weiß ich nicht, Winterjäger vielleicht oder so. Aber was hast du dann gemacht? Bist du dann laufen gegangen oder bist du Radl fahren gegangen oder einfach am Berg? Eigentlich alles langlaufen im Winter, Biathlon nicht mehr. Oder langlaufen, laufen, Radfahren. Und eigentlich, ich habe 2016 oder 2017 mit Beaton aufgehört. Und ja, dazwischen hast du drei, vier Jahre. Ja, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen verrückt. Ich bin wirklich dann von Tschechien in den Dolomiten gefahren. Zwei, drei Tage wandern, laufen, dann wieder nach Hause. Und ich wollte immer irgendwo unterwegs sein. Und ja, ich glaube schon laufen, langlaufen, waren die zwei Sportarten, was ich immer gerne gemacht habe. Und das Langlaufen ist ja auch, also mit oder ohne Schießen jetzt da, ist ja das Langlaufen an sich. Jeder, den ich kenne, der in der Jugend oder irgendwann einmal quasi leistungssportmäßig Langläufer, Langläuferin war, die haben halt alle einen wahnsinnigen Motor eingebaut und wahnsinnige Lungenvolumina und VO2-Max-Werte, wo jeder, der einfach nur läuft, denkt, wo hören eure Lungenflügel auf? Irgendwie bei der Hüfte unten oder was ist mit euch? War das dann auch das, was dir quasi dann diese wahnsinnige Basis, die dir dann geholfen hat, dass du beim Einstieg ins Laufen gesagt hast, ah ja, mir tun ein bisschen die Füße weh, aber das geht schon noch ein paar Kilometer. Weil mit 50 Kilometern einsteigen tut man ja nicht so zum Spaß. Ich glaube, ich war immer mehr so eine Ausdauersportlerin. Und ich glaube schon, das hat wirklich viel geholfen, dass ich damals Beerdlung gemacht habe, weil unsere Ausdauereinheiten waren dann auch so zwischen zwei, drei, dreieinhalb Stunden. Ja, jetzt ist das schon ein bisschen irgendwo anders bei mir, wenn ich Ausdauer sage, aber ich glaube, das hat mir wirklich viel geholfen. Ja, da hast du sicher davon profitiert und natürlich auch, dass du unter Profibedingungen trainiert hast. Das ist halt auch was, was im Prinzip unbezahlbar ist. Also du hattest Trainer, das ganze Umfeld. Du hast gesagt, du hast selber als Trainerin gearbeitet. Du hast das mitbekommen, wie man Trainings strukturiert und so. Das sind ja auch alles Sachen, die muss man ja auch lernen. Und wenn man das so mitbekommt, schon von der Jugend weg, davon profitiert man natürlich auch. Und gerade in der Zeit, da entwickelt sich der Körper natürlich auch, wenn er da natürlich ordentlich trainiert, dann behält man das auch meistens sehr, 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 sehr lang. Und dann kann man, glaube ich, bei allen sagen, die das so gemacht haben und sich im Profisport nicht kaputt gemacht haben, wo es natürlich auch genug gibt, die halt mit 30, keine 50 Kilometer mehr laufen. Ja, wobei da, glaube ich, Langlaufen vom Skelett- und Bänderapparat, glaube ich, nicht so brutal ist, wie es da, weiß ich nicht, Skifahren oder, ja, ich bin wieder beim Bodenturnen oder irgendwelche Sportarten, wo du sagst, also wenn du das fünf bis zehn Jahre machst, dann kannst du im Endeffekt gleich direkt deinen Rollstuhl ordern und dort bleibst du dann wohl sitzen. Das ist beim Langlaufen, glaube ich, auch nicht so schlimm. Dafür ist Langlaufen meiner Kenntnis nach zumindest sehr anfällig, wenn es um Ernährungssachen geht. Weil, wie beim Laufen oder beim Skispringen, leichter ist besser und schneller, was Bullshit ist, aber immer noch gepredigt wird, soweit ich weiß. Und hat dir das jetzt, das Ernährungswissenschaftsstudium, dann da auch geholfen für später? Ja, schon, aber zum Beispiel beim Trailrunning ist, ja, Ernährung, man hat beim Rennen zum Beispiel Pläne, wie ich das machen will und dann kommt irgendwie immer etwas und dann funktioniert es nicht und dann musst du dann gleich Plan B überlegen und ja. So, Trailrunning und Ernährung ist für mich auch irgendwie Sache, das muss ich noch ein bisschen verbessern. Wie bist du da ernährungstechnisch unterwegs? Weil man kennt ja Team ganz flüssig Ernährung. Ida Sophie Hegemann kann quasi gar nichts essen zum Beispiel am einen Ende der Skala. Auf dem anderen Ende der Skala die Esther Fellhofer, die mit einem Block, Salz und Terminwurzeln, ganz am Ballista, ganz vorne dabei ist, die einfach feste Nahrung zu sich nimmt, wo sich alle anderen denken, wie soll das jemals verdaut werden während dem Rennen? Wo bist du da zu Hause? So, ich gehe in die Zwischen. Nein, generell, ich versuche, ich von Anfang an viel zu trinken und mich von Geld zu ernähren. Und ja, als feste Nahrung nehme ich immer etwas Süßes, so Waffeln mit Nutella oder ich backe dann immer selber so Bananenbrot mit Schokolade. Es muss irgendwie so gatschig sein, dass ich das runterschlucken kann. Und bei mir ist normalerweise immer so ab Kilometer 50 mit Essen ist vorbei, weil alles, was ich sehe, ist graust mir. Und dann trinke ich einfach nur Cola ohne Kohlensäure. Immer so die 20, 30 Kilometer bis Ziel Cola. Und das hilft mir immer. Naja, 20, 30 Kilometer ist ja gut, weil du hast 22 angefangen mit Hochkönigmann. 50 Kilometer, das ist ja noch ausgegangen mit Essen. Julian Elbs, 22. Da hast du nur den Mund aufmachen müssen zum Trinken, weil es hat ja die ganze Zeit geregnet. Es war brutal. Komisch, ich habe noch keinen gehört, der etwas anderes über das Rennen gesagt hat. Da haben wirklich Leute Schuhe verloren, weil es war so ein Gatsch, dass du nicht gehen konntest. Das habe ich nie in meinem Leben gesehen. Das war etwas, was ich nie mehr... Das war echt, ja, unglaublich. Ja, du bist da auch Fünfte geworden, aber ich glaube, du warst... Ich war es nicht. Ich bin dann gleich nach Hause gefahren. Du warst zeitlich gesehen hinter mir, in einem anderen Rennen. Okay. Aber du hast, wo du gelaufen bist, war ich vorher schon. Das heißt, bei dir war es noch katschiger. Nein, das war wirklich, ja. Ich habe noch nie so ein Gatsch-Ding gesehen. Ja, das war wirklich, wie du sagst, unglaublich. Aber dann bist du, das Folgejahr, also letztes Jahr, da bist du ja auch nominiert gewesen für Trail-Aufsteigerin des Jahres beim Trail-Award in Österreich, waren ja nicht nur 50er oder ist drin mit 68 dabei, wo du super performt hast, sondern da waren auf einmal 700er-ITRA-Wertungen dabei beim Lavaredo, also knapp am Podium beim Lavaredo, um mal vorbeizuschrammen, hui, hui, hui. Und dann beim CCC Top 30 laufen. Der CCC hat immer eine Mistwertung. Also diese ITRA-Punkte bei den UTMB-Finals sind, ja, keine Ahnung, wie es die würfeln. Aber da in 15 Stunden durchkommen, und da sind halt 50 Kilometer und dann nur mehr Cola wird hart, weil das sind noch 50 Kilometer. Also wie bist du das dort zum Beispiel angegangen, auf einer Langdistanz? Ja, zur Ernährung, nachdem mit der Lavaredo und 80 Kilometer, das funktioniert mit Cola. In Chamonix war das dann ja zum Schluss richtig zack, weil ich konnte ja nichts mehr essen. Und da habe ich wirklich probiert, nur so ein kleines Stück, was egal, aber ja, ich war dann irgendwie so fertig und mir war dann das alles so egal, aber ich wollte einfach ins Ziel kommen und ich hatte eigentlich auch vor dem Rennen Knieprobleme und ich habe nicht gewusst, ob ich laufen soll oder nicht. Und dann habe ich immer wieder probiert, laufen zu gehen, nach 10 Kilometern Knieprobleme. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon in Chamonix, jetzt laufe ich einfach und ja, ich habe das dann irgendwann, wie du sagst, in 15 Stunden, glaube ich, geschafft, aber Genuss war das 100 Prozent nicht. Und ich hoffe, dass ich heuer in Chamonix das Rennen ein bisschen mehr genießen kann. Ja, bestimmt 100 Kilometer Läufe sind, wenn man es auf Geschwindigkeit läuft, immer ein Genuss, immer ein Genuss. Und ich freue mich besonders auf den Start, weil das war so schnell letztes Jahr, da habe ich mir gedacht, wie gibt es das, dass wir jetzt wirklich 100 Kilometer laufen und das war start wie bei einem Halbmarathon, wirklich. Da habe ich mir gedacht, das gibt es nicht, dass, ja, da freue ich mich heuer wieder. Du läufst dieses Jahr wieder den CCC? Genau. Wie soll ich das sagen? Du bist 23 jetzt gelaufen und ja, ich glaube nicht, dass es langsamer wird, weil, wie wir beide wissen, du hast, wie lange ist denn das da raus? Ein Kilometer aus dieser Ortschaft raus, bis du den ersten Single-Trail siehst und alle… Zwei Kilometer vielleicht, ja. Ein Kilometer, die sprinten ja alle wie die Vollidioten da raus, nur damit sie dann, wenn es eng wird, nicht irgendwo hinter dem Verkehr stecken. Das heißt, im Endeffekt, das wird nicht langsamer werden. Nein, es stimmt, aber es ist wirklich, ich habe das dann letztes Jahr gesehen und jetzt fragt mich immer mein Freund nach dem Rennen, zum Beispiel heuer beim Lava-Räder, und wie war der Start? Langsam. Jetzt ist bei mir alles langsam, weil ich vergleiche alles jetzt mit Chamonix und da kannst du jederzeit fragen, na langsam, Start war langsam, weil in Chamonix, da sprinten alle so. Wobei es ja beim CCC zumindest einen Sinn macht, weil du eben gleich mal Single-Trail hast, wenn du alle Leute fragst, die beim UTMB gelaufen sind, die sagen, die laufen da in einem Sub-4er-Schnitt weg, in 3,40 oder so, und von Chamonix raus bis zur ersten Steigung, das sind, was sind das schon, die sechs, neun Kilometer oder so? Ja, ja. So irgendwas. Aber, dass da eins gesagt sei, da gewinnst du das. Ja, aber da können neun Leute nebeneinander laufen, da macht es überhaupt keinen Sinn, dass du Gas gibst. Also, da ist es taktisch ein völliger Blödsinn, dass du das machst und trotzdem machen es alle, weil es, weiß nicht, weil es der neben mir auch macht. Das ist ziemlich lustig, ja. Aber 23 hast du dann das erste Mal diese 700er-Marke gesprengt und jetzt da 24, also puh, also bis auf einmal ein kurzes Rennen, ein 26-Kilometer-Rennen, wo du siebte geworden bist. Und jetzt, warum auch immer du das gemacht hast, weil du gesagt hast, du bist eher auf der Distanz unterwegs, war es ein Spaß. Ich wollte das einfach probieren, ja. Hast du nur Top-3-Plätze gemacht und alles über 700 Punkte, inklusive am dritten Platz beim Lavaredo. Und in Lavaredo in Sub-10 laufen, das ist einmal echt eine Ansage. Woher diese Leistungsexplosion? Jetzt einfach, weil du dich aufs Trailrunning einlassen hast oder weil du jetzt große Pläne hast oder woher kommt es? Ich glaube, ich habe letztes Jahr in Istrien schon gemerkt, wenn ich mehr trainiere, dann kann ich schon noch besser sein. Und ja, ich glaube, heuer habe ich das alles schon ein bisschen ernster genommen. Und ich habe schon im Winter viel trainiert. Und ich habe eigentlich alle Ferien und Freitage nur zum Trainieren genutzt. Und ja, ich glaube, es sah sich aus jetzt. Definitiv. Also, kommt so aus, ja. Top-3-Lavaredo würde nehmen. Aber, ähm. Naja, du weißt ja jetzt, wie es geht. Christina hat es ja jetzt gesagt, du weißt jetzt, wie es geht. Alle freien Tage einfach zum Trainieren verwenden, Ferien zum Trainieren verwenden und dann geht es halt auch. Ich bin der Lehrer. Du musst das halt auch nur noch machen. Ja, leider. Du musst das halt nur noch machen. Sonst gern. Aber ich habe ja keine Ferien. Das muss ich immer machen. Ich schreibe mal deinem Chef. Ja, bitte darum. Aber ist das jetzt was, wo du sagst, okay, du wirst jetzt wirklich da in diese Profi-Liga im Trailrunning aufsteigen? Oder ist es immer noch, ich habe einen Job, ich habe, nachdem du Ferien hast, bist du ja Lehrerin, offensichtlich. Ist das jetzt ein ambitioniertes Amateur-Tum oder willst du wirklich da nochmal in diese Semi-Profi-Profi-Ebene hineingehen? Nein, ich betrachte mich als Hobbysportlerin, weil, wie du sagst, ich habe meinen Job, ich arbeite als Lehrerin und irgendwie, ich habe schon viele Jahre Profisport gemacht. Und ja, mir taugt, wie das jetzt ist und ja, ich genieße es und irgendwie, dass ich wieder so Richtung Profi gehe, will ich eigentlich nicht. Ich nehme das ernst, ich trainiere viel, aber ja, Profisportlerin, nein, will ich nicht mehr. Wobei, du hast ja noch zehn gute Jahre vor dir mindestens, also wenn man den Hardrock-Sieger von diesem Jahr sieht, da ist noch viel Platz. Die Courtney ist 39 und der Ludovic Bommaree, also der war ja schon beim Trail-Lauf offensichtlich dabei, wie das Ganze noch Gelände aufkassen hat in die 40er Jahre. Also in die 40er oder so. Der ist ja ewig alt. Aber was mich noch sehr interessiert, ist auch, du wohnst jetzt da seit fünf Jahren, wenn ich es richtig verfolgt oder gezählt habe. Sechs. Sechs Jahre. Sechs Jahre in Winsga. Österreichischer wird es nicht mehr. Du hast einen Lebensmittelpunkt da, du unterrichtest da, du läufst da und sie sind sich offen, die paar bei den Rennen auch nicht ganz sicher, welche Flagge sie dir draufpappen sollen. Die wechseln das immer. Genau. Wenn nächstes Jahr wieder WM ist, für welches Land würdest du denn antreten wollen? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich würde schon gerne für Österreich starten. Und ich habe den Antrag für österreichische Staatsbürgerschaft schon geschickt, aber bis jetzt habe ich keine Antwort bekommen. Und ja, jetzt warte ich, ob das bis nächstes Jahr geht. Schauen wir mal. Aber wie ich gesagt habe, ich würde schon gerne für Österreich starten. Aber gerade als Sportler geht das ja immer schnell, habe ich gehört. Ich habe dazu schon geschrieben, dass ich eine Trailläuferin bin. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, wie lange dauert es. Dann kommt der Brief nach Wien, dann macht einer das Kuvert auf, der österreichische Beamte, Trail Wos. Und ich kann es förmlich vor mir sehen, wie das abläuft. Wo ist denn das? Ich habe schon Erfahrungen, wenn ich mein Diplom nach Wien geschickt habe, da habe ich auch lange gewartet, bis es anerkannt wird. Ich glaube, zwei Jahre, vielleicht Weltmeisterschaft 2007. Schauen wir mal. Da müssen wir mal beim österreichischen Trail Running Verband. Das sind Druckmacher. Da müssen wir mal bei der Austrian Athletics sagen. Kinder, tut was, geht es mal um mir ins Ministerium. Da geht es an dringend. Ja, und notfalls sollen sie uns anrufen, dann kommen wir einfach mit, da ist Verstärkung. Genau. Da werden sie sich sicher dann fürchten. Aber wir können ihnen dann zumindest erklären, was Trail Running ist. Und weil sie es dann immer noch nicht begriffen haben, dann müssen sie den laufenden Decken Podcast durchhören bis Folge 272. Und wenn sie es dann immer noch nicht wissen, dann früh Pension, würde ich sagen. Dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Aber schau, Peter, ich wohne ja schon fast 18 Jahre jetzt hier in Österreich und bin auch noch Deutscher. Ja, aber erstens, du bist Deutscher. Ja. Wenn Menschen aus Tschechien kommen oder der Slowakei oder Italien. Die müssen sie erst Sprache lernen. Die wollen wir ja. Aber du bist ein Deutscher. Ich verstehe. Danke. Was soll ich da sagen? Es hilft dir nichts. Lern einmal, dass du das Ganze stötzen hast und nicht Eisbein, dass das ein Laberl ist und keine Bulette. Und hast du es? Ich bin ja schon voll. Ich sage schon jahrelang Sackerl-Statüte. Ja, passt. Erster Schritt gemacht. Passt gut. Du bist auf einem guten Weg. Danke. Nochmal 18 und die Welt schon anders aus. Und dann können wir drüber reden. Wie bist du eigentlich auf die Distanz gekommen? Also, warum eigentlich die 50, sage ich jetzt einmal, bis 100 Kilometer? Weil das ist ja eigentlich so eine Distanz, die, wie soll ich sagen, medial so ein bisschen im Niemandsland ist. Du hast jetzt momentan, von den Serien her, hast du einerseits diese Golden Trail Series zwischen 20 und 40 Kilometer. Und die UTMB-Rennen konzentrieren sich ja ganz oft auf die 100 Meiler. Also quasi immer die längste Distanz. Und ja, der CCC ist bekannt, der Lavaredo auch, als Einzelrennen. Aber diese Distanz, so um die 80, 90, 100, die ist ja oft so ein bisschen das Stiefmütterchen, das auf der Seite ist. Wo alle sagen, so, ja, das gibt es auch noch, da drüben, zweitlängste Distanz. Warum die? Ja, ich bin dann mit 50, 50 Kilometer angefangen und ich glaube, das war für mich einfach, okay, jetzt habe ich 50 geschafft. Jetzt schaue ich, ob ich 70 laufen kann. Okay, das geht, 80 und so weiter. Aber nächstes Jahr würde ich schon gerne Distanz, ja, 150, 170 Kilometer auch probieren. Und schauen wir, ja, ob es mir taugt oder ob ich wieder zu 50 Kilometer gehe. Es ist, glaube ich, es war bei mir wirklich nur probieren, was ich schaffe. Und dann geht 70, okay, dann geht 80, 100 geht auch, ja. Wie ist es dir gegangen beim CCC? Weil das war der einzige Lauf bis jetzt da, der jenseits der 10 Stunden war. Ja, einfach war es nicht. Aber da sage ich, letztes Jahr hatte ich wirklich Knieprobleme beim Rennen. Denn ich glaube, wenn es alles funktioniert, heuer in Chamonix, dann kann ich das dann vielleicht besser vergleichen. Weil jetzt sage ich, das 100 Kilometer in Chamonix war nicht optimal. Wenn es mir heuer gut geht, dann bin ich wieder vielleicht positiv eingestellt und schaue ich dann weiter, was nächstes Jahr möglich ist. Aber bist du, du bist gleich mit dem Trail eingestiegen. Bist du jemals einen schnellen Marathon gelaufen auf der Straße, mal so? Oder hast du gedacht, nein? Halb Marathon, Marathon nicht. Okay. Halb Marathon schon, ja. Okay. Jetzt will ich es aber auch wissen. Wie schnell? Heuer bin ich Stunde 23,40 gelaufen in Salzburg. Dritte war ich. Oh, das ist ja durchaus schlott, ja. Nein, es taugt mir. Also im Frühling ein bisschen was Schnelles machen. Ich glaube, das ist auch dann super fürs Trail running, weil wenn du dann irgendwo so flache Passage hast, dann kannst du wirklich Speed laufen. Und eigentlich, ja, beim Trail running, wenn irgendwo fünf oder zehn Kilometer flach ist und du kannst Tempo halten, da kannst du ein paar Minuten gewinnen. So, ja. Und Berg auf, da ist nicht so, das sind die Jahre gleich, glaube ich. Aber so flache Passagen, da habe ich wirklich gemerkt, wenn du dort Gas geben kannst, geht es dann gut. Ja. Und auch von der, ich glaube, von der Lauftechnik, wenn die gut ist im Flachen, dass du quasi, und wenn du nur gleich schnell läufst wie die anderen rund um dich, aber halt weniger investieren musst, also mit weniger Aufwand quasi dasselbe Tempo laufen kannst, ich glaube, das bringt dir dann auf der Langdistanz schon sehr, sehr, sehr viel. Weil, ja, wie du sagst, bergauf ist eh Wandern angesagt, bergab, das musst du halt können, dann gewinnt man was damit. Aber Gott, das ist geradeaus zum Erholen unter Anführungszeichen oder mit wenig Aufwand Geschwindigkeit behalten, das ist sicher gut. Und, und wenn du im Pinzgau bist, dort ist es jetzt auch, glaube ich, durchaus das eine oder andere Mal nicht so optimal im Winter am Berg zu trainieren. Einfach, weil es nicht geht gerade, also zu laufen im Jänner. Und da ist Straßentraining sicher nicht das Dümmste, was man machen kann. Ja, oder man könnte langlaufen. Genau. Ja, das ist natürlich die Länge. Ja, stimmt, wenn man es kann. Na, aber wirklich, da habe ich heuer so Einheiten, fünf, sechs Stunden gemacht, langlaufen. Und ich glaube, das ist auch für mich eine super Abwechslung, weil ich bewundere Sportler oder Sportlerinnen, die laufen noch. Ich bin wirklich unterwegs mit Rennrad, ja, langlaufen, Skitour, alles. Und mir macht sowas Spaß. Und ja, nur laufen ist für mich dann schon ein bisschen fad. Und langlaufen ist echt so erholsam für Knie und so weiter. Ja, im Winter ist bei mir langlaufen, Skitour gehen und Sommerrennenrad bin ich auch viel unterwegs. Und ja, das taugt mir, wenn ich viele Sportarten machen kann. Ja, und wenn du fünf, sechs Stunden auf Langlaufskiern unterwegs bist, da kommt man auch ganz schön rum. Also von der Distanz her, das kann schon ganz schön weit gehen, ja. Ich glaube, im Winter habe ich sicher fünfmal oder sechsmal, 50 oder 60 Kilometer bin ich dann gelaufen, ja. Ich weiß nicht, wie lange, gibt es dort, wo du bist, von den Leuten so ausgiebige Geschichten? Weil wir kommen diese, wir langlaufen quasi in unseren Gefilden hier, dann laufst du heute die selbe Runde irgendwie 48 Mal, weil es irgendwie genau eine Läupe gibt. Und das ist so wie Bahntraining in Kalt. Geht das dort, wo du trainierst, so, dass du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt einmal eine sehr lange Runde? Oder machst du dann auch 18 Mal dieselbe? Nein, ja, in Hochfilzen oder in Saalfelden haben wir wirklich, weiß ich nicht, da kannst du Runde mit 20 Kilometern machen. Dann machst du vier Runden, drei Runden und es ist erledigt. Oder ich fahre irgendwo Plätzwiese in Italien oder, ja, weiß ich nicht. Aber bei uns geht es wirklich super. Ich glaube, da macht mir auch keinen Spaß, wenn ich irgendwo eine Runde, die zwei Kilometer habe und ich muss, weiß ich nicht, ja, 50 Runden laufen. Nein, das wäre nichts für mich. Ja, und vor allem, dann hast du da vielleicht dieselben drei Menschen, die da ein paar Runden machen, aber dreimal so langsam wie du. Grüße, Servus, du schon wieder, so. So wie wenn man Bergintervalle macht und denselben 100 Höhenmeter Hügel zum zwölften Mal raufläuft und dann kommen die Wanderer, die dann beim vierten Mal so, hast du was vergessen? Bist du einfach dumm? Was machst du da? Also, das kann ich mir einfach mal anglaufen, sehr gut vorstellen, dass man sich denkt, das Gesicht habe ich schon mal gesehen vor zwanzig Minuten. Kann sein, ja. Wenn du mit der Ernährung so ein bisschen ein Thema hast, ist dann die lange Distanz für dich hilfreich? Oder ist das was, wo du sagst, da fuchse ich mir jetzt richtig rein und ich würde einfach rausfinden, wie es funktionieren kann ab 50 Kilometer aufwärts, weil das muss ja irgendwie gehen. Also wie gehst du da, vor allem wenn du das studiert hast, wie gehst du an das ran? Ja, ich glaube schon beim Trainieren muss man wirklich probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich habe schon erwähnt, es ist schwierig für mich, weil manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dann denke ich mir, was soll ich noch probieren, weil, ja, aber wenn es wirklich Distanz sind, 150, 170 Kilometer, da geht, glaube ich, dann, weiß ich nicht, sechs, acht Stunden kann auch nicht. Da muss man schon richtig schauen auf die Ernährung, auf das Essen. Aber ich glaube, ja, mit Erfahrungen, vielleicht ist dann, ja, geht es mir leichter. So, ich glaube, das 100 Kilometer, das schaffe ich schon irgendwie, aber mit 170 Kilometer kenne ich mich auch nicht aus, wie dann der Körper reagiert, wie alles funktioniert. Ich glaube, bei mir ist es auch ein Problem, weil, wenn immer die Labe kommt, ich bin dann irgendwie so, ja, unruhig oder nervös, weil du läufst, also nicht 30 Kilometer fast alleine. Und dann, zum Beispiel in Schamuni kommt die Labe und jetzt ist so viel los und ich nehme dann immer Essen mit von meinem Betreuer und laufe ich weg und ich isse dann nichts. Und ich glaube, ich brauche wirklich eine Minute dort sitzen oder bleiben und einfach das, was ich bekomme, das Waffeln mit Nutella, egal was, einfach essen. Weil ich bin dann irgendwie so, ich will immer schnell weg, aber ich glaube, ich brauche wirklich die eine, zwei Minuten einfach meine Ruhe, dass ich das isse und dann kann ich weglaufen. Hast du da auch mit anderen schon gemeinsam dann trainiert oder das ausprobiert, weil es hat ja genau eben in dieser Labe rein, was passiert dort, bin ich jemand, der sich hinsetzen muss, kann ich durchlaufen, was auch immer. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Es gibt ja manche, die einfach durchlaufen wollen quasi. Und manche, die wirklich einbremsen, hinsetzen und sagen, das, was ich da verliere, das hole ich schon rein. Was er sieht auf der Flo Grasl zum Beispiel, der jetzt schon lange im Geschäft ist oder irgendwer, der bei dir in der Nähe ist, wo du sagst, dass du dich tauscht mit jemandem aus, der einfach sagt, ja, ja, essen, das geht, das ist überhaupt kein Thema. Ja, ich glaube, ich muss das ausprobieren. Bis jetzt war das bei mir mehr so, dass ich fast durchlaufen will oder ich will schnell weg. Aber jetzt, ich glaube, in Chamonix, ich bleibe ein bisschen länger, ich sitze mich hin vielleicht, ich isse in Ruhe oder ja, in Ruhe sozusagen und dann laufe ich weg. Weil, ja, das ist dann bei mir, ja, laufe ich weg, dann will ich nichts mehr essen und dann, ja, kommt Hunger und Bauchprobleme und so weiter. Also, ich glaube wirklich, bei Labe ein bisschen länger bleiben und vielleicht funktioniert dann das alles anders. Ja, vor allem, ich glaube, beim CCC jetzt, wenn man den als Beispiel hernimmt, hast du ja ab Lavolie, also die dritte große Labe, hast du ja wirklich, ja, wie soll ich sagen, Platz und Zeit und was auch immer. Also, wenn du da oben, also in Annova zum Beispiel auch schon, nur bei diesem Refugee Bertone, da ist halt nichts. Da kann man sich nicht gescheit hinsetzen, weil das ist halt so eine klassische Durchlauflabe. Aber danach hast du ja bei diesen ganzen UTMP-Rennen ja eigentlich wirklich irgendein Zelt, wo du reingehst, wo du dich hinsetzen kannst, wo du Essen, Trinken holen kannst oder sonst irgendwas. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Glaubst du, hängt es auch mit der Geschwindigkeit, also mit deinem Puls zusammen, wann du essen kannst und wann nicht? Glaubst du, dass du sagst, wenn ich mit niedrigeren Puls reingehen würde, dann kann ich mehr zu mir nehmen? Ich glaube schon, weil wenn ich dann weglaufe, dann bist du wieder in Bewegung und dann geht es nicht so einfach. Ich glaube, wenn ich mich wirklich hinsetze, geht das besser. Aber zum Beispiel, das war letztes Jahr bei Lavaredo, da war ich so Platz drei, vier und da bin ich wirklich die letzte Labe. Ich hatte schon einen Riesenhunger, ich hatte fast nichts mehr zum Trinken und ich habe gewusst, dass, ja, jetzt bin ich dritte, vierte. Wir waren nicht so weit voneinander und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt laufe ich durch, weil sie isst was, jetzt laufe ich durch. Und ja, dann war zum Schluss für mich, ja, es ist wirklich zart, weil ich hatte nichts mehr zum Trinken. Ich war komplett fertig, aber das war einfach, ja, Dummheit durchlaufen, weil ich wollte irgendwie ein paar Sekunden, ja, gewinnen. Kommt da der Ehrgeiz der Profisportlerin durch? Ich glaube schon, ja. Vielleicht. Aber wenn du sagst, du hast es gemerkt, wie hilfreich, notwendig oder wie groß ist der Anteil, dass du betreute Laben hast dann auch. Also, dass du jemanden dort hast, der zu dir sagt, hinsetzen, essen, trinken, das an deinen eigenen Flaschen, damit du nicht trocken läufst. Nimm deine Gels, etc. Ist das für dich was sehr Wichtiges? Oder sagst du, ignoriere sowieso und mache, was ich will im Rennen? Ja, mein Betreuer ist immer mein Freund. Oh, herrlich. Er hat mir immer zu... Jetzt schweiß ich schon. Nein, ich bin immer froh, wenn ich meinen Freund oder meine Familie bei Laben sehe. Das mag ich echt gern, weil es, ja, gibt mir auch Energie. Aber ich bin immer so, dass ich zu Laben komme und ich will die Flaschen wechseln. Ich will das machen. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, du, sitz dich hin, du kannst jetzt was essen. Ich mache das für dich. Ich weiß genau, was ich machen soll. Er macht das gut. Aber ich war immer, nein, 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 ich mache das selber und nein, gib mir das. Und ich glaube, ich soll wirklich auch lernen, dass er macht das und ich kann in Ruhe essen und so weiter. Es ist immer, weiß ich nicht, auch schwierig, ja. Dann will er mit dir reden, dann hast du keine Lust, ja, dass wir reden. Das ist immer, ab und zu gibt auch Streikerei. Nein, aber ich glaube, ja, man muss wirklich so Vertrauen haben, dass der Mensch mag das gut. Und du kannst dich konzentrieren auf andere Sachen, Essen und ja, so weiter. Ja, dieses Jahr war es ja beim Lavaredo, weil du das angesprochen hast, das war ja richtig, richtig, richtig eng. Also bei den Herren haben wir fünf Minuten gehabt, erst auf zweiter und dann eine halbe Stunde, okay. Aber bei den Damen, ihr wart ja, neun Stunden 50, neun Stunden 51 und neun Stunden 53. Also das war ja noch in Schweißgeruch, das war ja in Riechweite quasi. Also war das die ganze Zeit so eng, dass du gewusst hast, da ist es echt knapp und es geht vielleicht noch was? Oder hast du einfach gesagt, überleben, weil nach hinten ist sicher auch nicht viel Platz? Also wie war der Lavaredo das Jahr? Ich war dann, glaube ich, fast bis Kilometer 50 Erste und dann vor der Labe hat mich die Virginia Perez überholt. Und sie hatte so eine Speed, dass ich mir gedacht habe, sie glaubt, dass bei Kilometer 50 schon ein Ziel ist. Die war so unglaublich schnell beim Runterlaufen. Und genau beim Kilometer 50 hatte ich schon ein bisschen Bauchprobleme, es ist mir nicht so gut gegangen. Und dann hat mir auch die Dritte überholt, genau. Und ja, ich habe dann die Mädels... Oder? Ja, genau, genau, danke. Und ich habe die Mädels dann immer von mir gesehen, aber irgendwie, ja, ich war auch schon fertig. Und ich war eigentlich froh, dass ich den dritten Platz schaffe. Und ja, aber es war wirklich knapp und eigentlich unglaublich, dass du acht oder neun Stunden läufst und dann bist du in drei Minuten. Das ist schon, ja... Ja, das fällt auf jetzt in den letzten Jahren, dass jetzt wirklich bei den großen Rändern, also wenn du jetzt da bei irgendeinem Waldbruch bist, und diesen Lauf mitlaufen würdest, dann gewinnst du wahrscheinlich mit eineinhalb Stunden Vorsprung auf die Distanz. Aber bei jetzt da am CCC, einem Lavaredo, von mir aus sogar am Western States, keine Ahnung, also bei den wirklich großen Rändern, dass es vorne auch nach 80, 100, 160 Kilometern richtig, richtig eng ist. Wo man sich denkt so, puh, das, wie geht das, dass es einfach nach 10, 12, 15 Stunden dann doch noch so eng wird. Da ist das Niveau, glaube ich, jetzt da wirklich schon sehr hoch. Und so wie du jetzt da eine 740er Wertung da rauslaufen, das muss man halt auch einmal hinkriegen. Da muss ich sagen, wirklich Hut ab, bin schon gespannt, wo denn das noch hingeht. Ja, da hat schon auch die Ziele, das Kapperl wieder mal, das ist verdient. Ich bin der offizielle, das offizielle Hut ab, Männchen. Du hast ja nie einen auf. Ich bin kein Kapperltyp, das ist das Problem. Ich schaue mir in einem Kapperl aus, wie wenn man einen Kochtopf aufgesetzt hätte. Das tut mir leid. Manche würden behaupten, das wäre hilfreich, weil dann sieht man weniger von meinem Gesicht. Aber, ganz ehrlich, nein. Zum Training habe ich noch, also, was ich mitgekriegt habe, ist, wo du noch quasi bei dir siehst, dass es noch weitergehen kann, ist Essen. Die Distanzen schauen wir mal. Wobei jetzt auf der Distanz, wenn ich es so verfolge, machst du eigentlich relativ viele Rennen, weil das waren, alleine dieses Jahr waren es jetzt da schon, glaube ich, Moment mal, vier, oder? Ich glaube, sechs oder so. Oder sechse. Sechs. Dann hast du es durchgerutscht. Was ja dann, je länger die Distanz wird, umso schwieriger, weil dann werden es halt weniger Rennen, weil du viel mehr Regeneration und mhmhmhmhmhm brauchst. Bist du da eher Trainingsmensch oder Rennmensch? Also, willst du viele Rennen haben oder willst du wenige, aber die dafür episch? Ich sage ja, Rennen ist für mich super Training, aber heuer habe ich schon gemerkt, dass es war vielleicht ein bisschen zu viel. Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich muss schon ein bisschen Pause machen vor Chamonix, weil jetzt war ich auch mit meinem Freund, wir waren jetzt drei oder vier Wochen unterwegs und das war nicht richtig Urlaub, das war mehr so Trainingslager. Wir haben wirklich viel gemacht. Da bin ich auch noch Eiger gelaufen. Das war schon mein Plan, aber dann habe ich mir gedacht, nein, es wäre zu viel. Und dann habe ich wieder überlegt, habe ich mir gedacht, ich habe das schon bezahlt und wir sind nur fünf Stunden von da. Dann, ich laufe noch Eiger, aber da habe ich die Woche vorher auch extrem trainiert. Woche nachher genauso. Ja, ich glaube, nächstes Jahr, wenn ich wirklich Distanzen so 150, 70 Kilometer probieren werde, dann muss ich schon überlegen, dass ich quasi nicht drei, vier Rennen mache und fertig erledigt. Aber so immer wechseln und viele Rennen laufen ist auch nicht gut. Ja, du hast jetzt deinen Freund schon ein paar Mal erwähnt. Und der ist ja jetzt da, wenn es um wenig trainieren und auf der Couch sitzen geht, auch nicht hilfreich, weil der kommt ja auch aus dem Biathlon. Der ist ja auch quasi sportfanatisch. Ist das hilfreich oder hinderlich? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, es ist hilfreich, indem man versteht, wie du tickst im Wettkampf. Aber wenn es um Regeneration geht, ist das ja auch so semi, oder? Ja, es stimmt, ja. Es ist super, dass du jemanden hast, mit dem du trainieren kannst. Und er versteht genau, wie es mir geht. Und ja, ich glaube, mit Regen ist das generell bei mir schwer, weil das Schwierigste, was für mich ist, einfach ist Ruhe geben. Wenn ich wirklich sage, ja, jetzt mache ich drei Tage nichts, es ist für mich schon schwierig, weil ich will immer was machen. Ich will immer aktiv sein, aber ja, ich glaube, so zum Trainieren ist es echt super, dass ich jemanden habe und wir machen echt viel Sport gemeinsam. Und ja, das hilft mir auch, dass ich so eine Unterstützung habe. Ja, es ist schon, also für die Österreicher unter uns, was dann in dem Fall momentan noch ich bin, aber in den Zuhörerkreisen sind es mehr. Wir reden da vom Fabian Hörl, der eben auch im Biathlon für Österreich im Weltcup unterwegs war. Bis wann war es jetzt nicht genau? Vielleicht 18, 19, sowas um den Dreh? Ich glaube, er ist dann ja nach mir aufgehört, 2018 hat er aufgehört, glaube ich. Ja, und den Dreh war aber auch in Österreich schon sehr, sehr weit vorne. Und ja, Saalfelden ist halt für Biathleten eh aufgelegt, weil auch der Peter Herzog war ja in Saalfelden unterwegs, in seiner Biathlon-Zeit. Und ich glaube, man sollte es einfach öfter sagen, dass der Freund von ist halt auch Biathlet. Nicht, dass es nur immer umgekehrt ist mit so, ah, dieser Sportler und die Freundin von ist. Das passt auch. Ja, genau. Du könntest einmal dazu bringen, dieses Laufen am Trail ist, glaube ich, ganz cool. Das sollte man mal ausprobieren. Ja, gleich mit 50 Kilometern starten kannst du mir sagen, wie schön das ist. Ja. Aber er ist schon gestartet, gell, zweimal in Istrien. Er ist die Strecke 42 Kilometer gelaufen. Genau, so zweimal. Er ist zweimal gestartet oder ist zweimal ins Ziel gekommen? Er ist zweimal ins Ziel gekommen. Ja, aber es war eine sehr schwierige Film, ja. Ja, aber du kannst ihm jetzt sagen, ja, schau, wenn es dir ein bisschen anstrengst, dann dürfte einmal ein Laufsinn-Denken-Podcast kommen. So wie ich. Dann hat es eher gleich eine Motivation. Genau. So schaut es aus. Aber du hast eben gesagt, das eine ist Ernährung, was ein Thema bei dir ist. Wo siehst du bei dir jetzt da wirklich so die Stärke, würde ich jetzt da ja behaupten, ist eben der große Motor von Kindersbeinen an, dass man einfach sagt, okay, die Ausdauer ist es jetzt da nicht. Wo würdest du jetzt sagen, da möchte ich noch reinschauen, da möchte ich noch genauer hinschauen, da geht noch was? Ich glaube bei mir wirklich das Ausdauer, weil das Training, was ich heuer gemacht habe, wirklich, ich glaube, die Ausdauer ist super für mich. Und wo ich ein bisschen noch schauen muss, ist wirklich generell Regeneration, so Physio und Massage und so Sachen, weil letztes Jahr, da habe ich ja eigentlich für die Regen nicht so viel gemacht. Heuer habe ich gemerkt, da geht nicht so weiter. Jetzt gehe ich regelmäßig zur Physio, Massage und so weiter und da merkt man gleich, dass es mir besser geht. Aber ich glaube, die Regeneration ist bei mir wirklich ab und zu ein Problem. Das kann ich mir vorstellen, wenn du keine Ruhe geben kannst. Ist das auch der größte Unterschied, jetzt da vom Profi-Dasein zu, ich arbeite jetzt und mache das quasi nebenbei hobbymäßig, weil gerade im Profi-Dasein sagt man immer, da hast du halt mehr Zeit für Regeneration, weil es wird dir quasi eingeteilt. Ja, natürlich ist es nicht immer einfach, Arbeit und Sport zu verbinden. Aber wie gesagt, ich genieße diesen Lebensstil. Ja, ich mag einfach, wenn den Tag von morgens bis abends, ich habe immer auch Beschäftigung. Aber es ist, ja, wenn ich dann zum Beispiel von Arbeit nach Hause komme, es ist, keine Ahnung, halb vier, vier und jetzt weiß ich, ja, ich soll noch laufen gehen und dann ist vielleicht man schon ein bisschen unter Stress, unter Druck. Und dann bin ich wirklich froh, dass ich zum Beispiel am Wochenende frei habe und ich kann wirklich am Wochenende ein bisschen mehr Gas geben. Aber ja, ich glaube, vielleicht hast du recht, dass mit der Arbeit und Sport das ein bisschen schon stressig ist. Ja, genau. Weil du ja als Lehrerin arbeitest, hast du zumindest Sport als Teil deiner Lehrtätigkeit? Ich unterrichte Sport und Bewegung. Okay. Aber ich gehe sicher nicht mit den Kindern drei Stunden laufen, gell? Aber schaden wird es ihnen nix. Ja, nix. Der Lehrer oder die Lehrerin danach? Ich habe schon probiert, aber der Trailrunning, nein, das geht nicht. Alles, was so Austausch spart, nein. Aber die Lehrer danach müssten sich ja freuen. Endlich ist die Klasse ruhig. Ja, das ist alles drin. Stimmt, die waren dann so fertig, dass, ja, nein. Bei meinem Sohn an der Schule gibt es das schon. Die haben die, wie heißt die, die Draschemeile, die sie immer laufen auf Zeit. Also wir haben jetzt so einen Kurs, der ist, glaube ich, länger als eine Meile, aber eine Draschemeile heißt es. Und den laufen sie schon immer im Sportunterricht regelmäßig und stoppen die Zeit und schauen, ob sie besser oder schlechter waren. Ich kann mich auch erinnern, wie wir das früher gemacht haben, also dann noch in meiner Unterstufenzeit quasi. Bei HTL und Sport, wenn es keine Sportschule ist, das sind einfach Welten. Die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Aber in der Unterstufenzeit da haben wir auch so ausgedehnte Geländeläufe damals gemacht. Und jeder, der nicht so spurtlich war, hat sich ja vorher abgemeldet mit Grund XY, weil er gewusst hat, das wird kein Spaß. Und alle anderen haben gesagt, zwei Stunden laufen gehen super. Bei Doppelstunde laufen, fertig. Thema, du hast da nichts überlegen müssen, du hast einfach Schuhe angezogen und es passt schon. Du darfst nicht vorher sagen, was du machen wirst. Das ist schlimm. Ansängerfehler. Die Frage nicht mehr, was machen wir, dann sagst du, ach, schauen wir mal und dann, zack, heute gehen wir laufen. Fertig. Schauen wir mal. Nimm den Trail-Rucksack mit. Verdammt, schon wieder verraten. Das ist so, so wie wenn der Fußballtrainer sagt, nehmt am Dienstag die Laufschuhe mit. Dann kommt schon die Hälfte von der Mannschaft nicht. Weil so, oh Trainer, nie Probleme, im Oberschenkel, da zwickt es ein bisschen. Ich glaube, ich kann nicht. Du musst dann sagen, so etwas wie, nehmt die Laufschuhe mit und den Magnesiumbeutel. Dann wissen Sie, geht dann noch laufen. Nehmt die Laufschuhe mit und den Neoprenanzug. Oh mein Gott. Machen wir Triathlon? Nein, wir laufen nur im Neopren. Ja, genau. Oh mein Gott. Wir werden fantastische Lehrer, Trainer. Ja. Warte noch, das kommt alles am Trail an. Weil beim Schwimmen haben sie auch irgendwann diese aerodynamischen Anzüge gehabt, damit es schneller werden. Warte noch, wenn wir jetzt am Trail auf die 80 Kilometer schon Minutenabstände. Ja. Wir freuen uns schon dran, wenn alle dann in diesem vollen Neopren laufen. Ja, bitte nicht. Das ist ja super. Wo habt ihr es als erstes gehört? Bei uns. Aber ich bin von der Frage ganz abgekommen, wo du sagst, das ist dein, was ist dein Steckenpferd am Laufen? Also rauf, runter, geradeaus, die Ausdauer? Also, wo würdest du deine Plus-Minus-Geschichten sehen? Ich glaube, ich glaube, plus, so die flachen Passagen und bergauf. Bergab, wenn es wirklich technisch ist, bin ich nicht so gut. Das, das, das weiß ich. Und ich glaube, wirklich bei mir, Ausdauer, glaube ich, ist wirklich plus, weil, ja, ich glaube, von der Ausdauer her, bin ich wirklich auf super Niveau. Und, ja, da merkt man dann bei 100 oder 80 Kilometer, dass ich auch vielleicht dann zum Schluss noch Gas geben kann. Ja. Das hat die Katharina Hartmut auch gesagt. Die gesagt hat, sie ist jetzt dann, sie läuft nicht schnell, aber sie wird halt einfach weniger langsam. Also, andere werden einfach dann irgendwann hinten raus echt langsam und sie bleibt halt länger. nicht so langsam und dann sammelst du das wieder ein. Sprich, würde jetzt dafür die längeren Distanzen sprechen, wenn man sagt, ja, und die Ergebnisse auf 20 Kilometer siebte, auf 80 Kilometer dritte, da ist eine Tendenz zu erkennen. Wenn du sagst, technisch nicht so schlimm bergab, was ist eigentlich das? dann dein Lieblings Untergrund oder Art des Rennens? Also, du hast ja auf der einen Seite hättest du sowas wie, weiß ich nicht, Dolomiti Sky Race, ist jetzt zwar kurz, aber halt super, super technisch und auf der anderen Seite, ja, UTMB-Rennen, Western States, diese, ich nenne es jetzt mal, Trail-Autobahnen, die schon, die schon, schon keine Straßenläufe sind, aber eigentlich gut machbar sind. Was ist da, bist du da irgendwie mehr oder weniger daheim? Oder sagst du, ich bin zwar nicht schnell bergab, aber geil ist es schon, wenn es technisch wird? Ja, ich glaube, bergab, es muss immer irgendwie laufbar sein. Ich sage irgendwo, wenn zum Beispiel so lose Steine sind, mag ich nicht so gern. So, es muss immer laufbar sein und dann geht's, aber irgendwie, ja, wie du sagst, bergauf, bergrunter wieder, nur Steine, technisch ist, glaube ich, überhaupt nichts, nichts für mich. So sage ich so, Lavaredo, eigentlich Chamonix ist genau so, was ich gerne mag oder Hochkönigmann, die sind genau so Strecken, wo du auch super runterlaufen kannst. Ja. Also, wir werden dich wahrscheinlich nicht bei Sky Races sehen. Ich glaube nicht. Seil versichert. Man weiß nie, na, schauen wir mal. Na, aber ich glaube nicht, na. Aber hast du da auch so, weiß ich nicht, Rennen, wo du sagst, das wären Rennen, die unbedingt mal laufen wird, weil viele sagen ja, ich möchte einmal in Chamonix laufen. Gut, das hast du erledigt. Ich möchte einmal beim Western States laufen, ich möchte einmal den Hard Rock laufen, den, weiß ich nicht, den, manche sagen, ich möchte im Barkey laufen, was ich da jetzt drauf gehört habe, eher nicht so. Oder Reunion, also, hast du da irgendwie so eine Bucketlist? Ich würde gerne in Amerika Hard Rock oder Western States laufen. Und ja, aber ich glaube, das ist auch, ich habe jetzt geschaut, welche Rennen musst du dann vorher laufen, bis du dann genau in die Lotterie gehst, fürs Hard Rock. Das ist auch ganz was anderes wieder. Ja, es ist auch nicht einfach, dass du sagst, ja, jetzt will ich Western States und bist du da? Schauen wir mal. Aber in Amerika, das wurde schon was, was, was für mich so ein Ziel. Ja, also der Hard Rock ist ja, wenn du nicht, glaube ich, einen von, ich ne, eine Handvoll Einladungsplätzen, wenn man so will, kriegst, es sind ja nur 150 Starter, im Endeffekt ist es ja, darauf verlassen würde ich mich auf die Lotterie ja nicht. Außerdem, der ist relativ technisch und halt brutal hoch. Western States sind ein paar mehr, weißt du, wie viele Starter das ist dort sind? Ich glaube, 250 oder 300, so irgendwas um den Dreh, aber auch nicht so wahnsinnig viele. Ja. Aber als andere, Canyons zum Beispiel oder irgendwas in die Richtung, die sind, glaube ich, von den, von den Möglichkeiten, dass du reinkommst, sehr, sehr viel einfacher, unter Anführungszeichen, oder besser, und halt auch alles super, super laufbar. Also wir haben ja mit der, ach Gott, die, mir fallen jetzt die anderen zwei ein, nämlich die Mimi Kotka und die Emily Forsberg und beide waren es nicht, die dritte im Bunde, die bei Moon Valley an Bord ist, ein Gespräch geführt und die kommt ja aus diesem schnellen Laufen raus und leuchtet auch sehr, sehr gerne in, in Amerika und da kann man schon vorstellen, dass das, dass das richtig, richtig cool ist, wenn man, wenn einem das, wenn einem das taugt, also dort zum Laufen. und jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist, das ist sehr bitter, Ida Nilsen heißt sie, so, jetzt habe ich ihn, aber die hat auch gesagt, sie steht auf diese amerikanischen Rennen, die halt flott sind, die, die richtig kompetitiv sind und die jetzt nicht, ja, Kletterthemen sind, wie Hampelrocken oder so, also da bist eher du zu Hause, wenn ich das jetzt richtig mitnehme. Ja, schon und ich wollte dann nur sagen, wir waren jetzt in Pyrenäen unterwegs und da gibt es auch so viele kleine Rennen in Frankreich, in Spanien und sowas würde ich auch gerne mal laufen, da war wirklich, wir waren, es gibt so viel und dann, ich habe immer dann gleich gesucht, wo, wann und ja, mittlerweile ist wirklich so ein Boom, es ist echt unglaublich, so, ich sage nächstes Jahr auch, was Kleineres vielleicht, in Spanien, Frankreich, warum nicht? und die sind ja auch diese kleinen Rennen, gerade Spanien, Frankreich, Italien, wo man sagt, ja, das ist international nicht bekannt, aber die Leute, die dort laufen, sind ja richtig stark, also da werden ja brutale Zeiten hingeknallt, wo man sagt, wow, wo kommen denn die Leute her, die habe ich ja noch nie gehört und plötzlich sind das Locals, die einfach auf dem Kurs was abreißen, wo du denkst, na gut, damit hat jetzt keiner gerechnet. Stimmt, ja. Ja, also gerade Spanien, Frankreich und so, ist da ganz, ganz schlimm, glaube ich. Das war ja dieses Jahr auch bei, ach Gott, wie heißt denn der Lauf jetzt wieder? Kilian Jané hat ihn gewonnen zum 11. Mal. Letztes Jahr ist die Daniela Oemus Dritte geworden. Ah, plötzlich gewonnen hat sie. Segama. Segama, danke. Gewonnen hat sie geworden. Gewonnen hat sie. Segama, wo eine Local Heroin plötzlich ganz vorn mitläuft, wo er gesagt hat, wer ist das überhaupt? Was macht die da? Und du laufst auf einmal ganz vorn. Ich glaube, das ist dort einfach die Dichte so hoch, dass du die Leute gar nicht kennst. Das haben wir bei uns ja, so semi-gesegnet, weil du kennst relativ schnell, wer gut und schnell ist. Und ich glaube, die sind von der Struktur her ganz anders aufgestellt. So, wir haben, wo du herkommst, wo du hin willst, was deine Distanz ist, was deine Lieblingsrennen sind. Was wir vielleicht noch nicht haben, ist, wie trainierst du außerhalb des Laufens? Das heißt, wir haben langlaufen, ja, im Winter, sonst, aber bist du jemand, die sehr viel am Trail läuft oder bist du jemand, die sagt, na, laufen mache ich zwar auch, aber eigentlich tue ich sehr viel Rad fahren, eigentlich tue ich sehr viel Krafttraining machen und anderes Training einstreuen. Ich muss sagen, heuer bin ich wirklich mit Rennrad oft unterwegs, genau jetzt im Urlaub hatte ich wieder so eine super Idee, dass wir Radtour mit 5000 Höhenmeter machen. Das war, glaube ich, das war genau so lang. Da hat mein Freund Geburtstag, dann habe ich gesagt, ah, heute ist ein super Tag, dass wir so eine Tour machen und ja, dann sind wir da so neun Stunden super Ausdauertraining, so Rennrad fahren und irgendwie, wenn ich dann merke, ich brauche jetzt schon ein bisschen Pause oder ein bisschen was anderes machen, dann irgendwie so wandern und Klettersteig. Es ist nicht richtig Training, aber für mich ist das wirklich für den Kopf auch was, was wichtig ist, aber sonst, ja, so Trail laufen und Rennrad, die zwei Sachen, würde ich sagen. Ist jetzt aber lustig, wenn du sagst, eigentlich das, im Rennen magst du das Technische nicht, aber Klettersteig ist geil. Es ist, es ist ein bisschen ambivalent, das ich zugegeben. Ja, na, Berg ablaufen und Klettersteig ist schon was anderes und wirklich, dann brauchst du Zeit fürs Klettersteig und es ist, beim Trail laufen, ja, es ist immer schnell und beim Klettern oder Klettersteig, da muss man schon sich Zeit zunehmen und langsam gehen und klettern und ja, das taugt mir total. Okay, also, gut, also das sind einfach, ja, zwei verschiedene Welten, Training, Rennen und Freizeitsport, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. ich finde es sehr, sehr positiv, dass du quasi das österreichische Nationaldeam bereichern willst auf der langen Distanz, das wäre immer gern gesehen, glaube ich, also, wenn ich da jetzt, ich würde jetzt nicht für Michi Geisler sprechen, aber eigentlich doch, ist es immer hilfreich, wenn man einen guten Pool hat, gerade wenn man dann schaut, auf die Geschichte mit diesem Team-Wettbewerben bei den, bei der WM, weil ich glaube, dass der Wettbewerb, gerade dieses Team-Wettbewerbe, dass das im Trailer richtig, richtig cool werden kann, dass man nicht nur als Einzelperson dort unterwegs ist, sondern dass man sich auch bei Groß-Events ein bisschen unterstützt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine geile Geschichte sein kann. Und deswegen, liebe Ministeriumsmitarbeiterinnen an dieser Stelle, die uns zuhören. Zacki, zacki. Die haben den E-Mail noch nicht gelesen, glaube ich. Jetzt aber hurtig. Ja, ach so, du hast es per E-Mail hingeschickt. Das hätte ein, das hätte ein Fax sein müssen. Das wäre die einzige Möglichkeit, irgendwie was ausfüllen und dann per E-Mail schicken, aber ja. keine Ahnung, wie lange braucht es. Das mit Österreich und der Digitalisierung, das ist ein anderer Podcast. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen ausgefragt, also, ich habe sehr, sehr viel erfahren, freue mich, dass wir jetzt da von dir auch viel erfahren haben, was du so rund ums Laufen machst und wo es immer hingehen soll. Ja. Trotzdem, du hast quasi das letzte Wort. Was willst du uns oder den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben? Hast du irgendwas, wo du sagst, das wollte ich immer schon mal loswerden? Wow. Ja, jetzt weiß ich nicht, aber ich würde einfach sagen, ja, wenn du, wenn die Leute mit Trailrunning starten wollen, dann sollen das machen, weil es ist wirklich Spaß und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Ja, das ist ja ganz in unserem Sinne, wenn die Leute mit Trailrunning starten wollen, sollen sie einfach loslaufen. Genau. Easy. Es ist so, weil ich glaube, manche überlegen wirklich, ja, viel und ja, die sollen gleich starten und die werden sehen, ob es ihnen taugt oder nicht und ja. Ich habe jetzt auch in Tschechien mit vielen Leuten geredet über Trailrunning und manche wirklich, bevor ich starte, die überlegen so Sachen, da ist mir lieber gleich starten und dann man es Und hinterher überlegen. Wie ist die, wie ist die, jetzt muss ich doch noch eine Frage nachschießen, wie ist der Vergleich Österreich und Trailrunning und Tschechien und Trailrunning, also jetzt von der, von wie der Sport angekommen ist in der breiten Masse? Ja, in Tschechien Boom, Trailrunning, genauso wie in Österreich, glaube ich. Ich habe jetzt ein Rennen in Tschechien absolviert und ja, ich war auch überrascht, wie super organisiert war das und ja, ich habe eigentlich nicht gewusst, ja, wie das da läuft und dann habe ich mir heuer gedacht, nein, jetzt laufe ich ein Rennen dort und es war wirklich super, so es ist genau, genau wie in Österreich. Die Leute sind verrückt, echt auch begeistert von Laufen und so und ja, ich finde es wirklich cool. Es ist cool, weil wir haben uns jetzt ja, weil wir ja im Osten Österreichs angesiedelt sind, Sachen angeschaut, eben, Slowakei, Tschechien und so weiter, weil eigentlich ist ja von Wien aus gesehen, sind beide Länder viel näher als irgendein Trailrun in Tirol, weil wenn ich vier Stunden nach Osten fahre, dann bin ich schon irgendwo und da bin ich noch nicht einmal in Innsbruck. Problematisch ist, dass viele Rennen du findest sie im Internet halt einfach nicht gescheit. Also das ist das Problem, das ich festgestellt habe, dass man, wenn man jetzt in Tschechien oder in der Slowakei oder in Polen Rennen sucht, da gibt es vielleicht irgendwo, weiß nicht, auch so Hubs, wo man Listen hat, wo man sagt, ah, dort und dort und dort ist ein Rennen, aber das zum Film. Vielleicht nicht so, ja, das stimmt, die Propagation oder so ist vielleicht, ja, stimmt, du hast recht. Das ist ein bisschen, was ich sage, das ist schwierig, oder da könnte man noch ein bisschen dran drehen, weil es wäre schon cool, weil ich glaube, dass manche Rennen von Wien aus gesehen in einer Stunde 30 erreichbar wären, wenn man denn wüsste, dass sie existieren. Ich glaube, da, wo ich gelaufen bin, ist es von Wien, ich glaube, zweieinhalb Stunden, ja, drei Maximum, ja, das stimmt, ja. Und da bin ich eben gerade einmal in Salzburg. Ja, du hast recht, ja. Also da, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen bei uns, wenn wir schauen, welche Rennen, das es gibt, ein bisschen in die Richtung orientieren, weil ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr coole Rennen, die man sich anschauen kann. Aber du bist sehr viel weiter im Westen, wirst du jetzt wahrscheinlich eher dort orientieren, wenn du lokale Rennen suchst, weil du schon gesagt hast, Frankreich und Spanien. Ja. Dann werden wir das übernehmen und auf der anderen Seite schauen. Ja, ich glaube auch. Das ist immer schon. Trauma. Gut. Aber dann würde ich sagen, wir haben dich umgehend von allen Seiten beleuchtet. Woher, wohin, wer bist du? Und es freut mich sehr, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ich sage, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke auch. An alle, bis nächste Woche. Danke. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Vielen Dank.